Schlotti natürlich. Was sagst du? Dich selber wählen ist immer so eine Sache. Ich sag auch, der kommt mit rein. Der muss mit rein. Lasst jemand einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal. Und wir starten mit den Keepern. Ihr müsst entscheiden. Kurbel ist auch mit am Start auf jeden Fall. Wir haben Trapp, Flecken, Renault und Castells. Easy, oder? Was sagt ihr? Es ist schon quick. Ja, auf jeden Fall. Eindeutig? Eindeutig. Packen wir den mal rein. Dann kommen wir zur Abwehr. Wen haben wir denn da? Du bist auch mit dabei. Sehr gut. Nominiert. Geile Karte. Vielleicht kommt die ja ins Totz. Schauen wir mal. Also, wir haben in der Abwehr einige Spieler am Start vom BVB. Bist du es einmal? Und Guerrero in der Abwehr. Frimpong haben wir. Davis, Weiser, Pavard, Orban, Durki, DeLicht und Günther. So, jetzt müsst ihr. Günther oder Günther? Günther. Günther nicht? Ne. Okay. Ihr müsst vier auswählen. Also, es können auch Innen-Verteidiger sein. Vier Außen-Verteidiger ist völlig egal. Aber ihr müsst vier auswählen. Was würdet ihr sagen? Ich würde auf jeden Fall mal auf Frimpong gehen. Ja. Würde ich auch nehmen? Ja, hättest du auch gesagt. Okay, das ist der Erste. Schlotti natürlich. Was sagst du, ne? Ja. Nicht selber wählen. Das ist immer so eine Sache. Ja komm, aber ich sag auch. Der kommt mit rein. Der muss mit rein. Hier deine OCW-Karte. Ich würde Rafa auf jeden Fall auch mit rein nehmen, tatsächlich. Oder? Ja. Ja. Und sonst? Wen haben wir noch da? Sonst haben wir noch Davis, Weiser, Pavard, Delicht, Günther, Durki, Orban. Ich hätte jetzt zwischen Orban und Delicht entschieden. Würde ich auch machen. Sag du. Dann würde ich Delicht nehmen. Okay, dann nimm mal Delicht, ja. Alles klar. So, das ist die Abwehr. Und jetzt kommen wir zum Mittelfeld. Da haben wir auch einen vom BVB und zwar Brand und Bellingham. Sogar zwei. Die beiden haben wir am Start. Und sonst sehr, sehr viel Auswahl mit Gnabry, Kimmich, Endo, Musiala. Soboslay, Griffo, Hofmann, Müller, Schkiri, Dohan, Kainz, Sané und Lee. Das sind schon schwer. Da müsst ihr jetzt drei auswählen. Drei. Keine vier, sondern drei. Das Ding ist allein, dass Jule, glaub ich, schon zweimal POTM wurde. Ja. Muss. Also muss er rein, ja. Ja, das ist eigentlich ein guter Call. Ja. Und er hat's auch natürlich verdient. Das sowieso. Ja. Na, Bellingham, Totti. Das heißt was? Also Team auf die Ehe, ja. Ja, genau. Also braucht er ja keinen TOTS mehr. Ja, also schon viele kriegen beides. Okay. Kann sein, dass der dann auch safe reinkommt. Aber ich weiß nicht. Schwierig. Meinst du, die hauen so viele Dorfelsspieler rein? Schwierig. Müsst ihr sagen? Pff. Ähm. Es gibt ja noch viele andere Spieler. Ich muss ja sagen, ich feiere dieses Jahr den Schubuschlei. Ja. Ich finde den recht gut. Oder richtig gut. Würde ich dir beide sagen, dass wir rein? Ja. Das ist ja euer Team. Das muss ja nicht am Ende so kommen, aber man hat dann eure. Ey, wo muss ich hin? Mo, Alter. Keiner sieht mich. Okay. Ach, ich lieb's. Ich lieb's. Ehrlich. Okay. Und dann noch einen Spieler. Ja, das ist schwierig. Das ist viel zur Auswahl. Also wie gesagt, ich würde Shoot reinmachen. Ja. Wenn du aber sagst, der hat schon Team-of-the-Hear-Karte. Der kann auch dann ne Totz-Karte kriegen. Also das ist eigentlich dann noch mehr so der Grund, dem noch ne Totz-Karte zu nehmen. Ja, dann Shoot auf jeden Fall. Ja. Wir spielen ja auch bei Dortmund, ne? Wir müssen ja auch ein bisschen... Und ich sehe jetzt auch die anderen nicht so... Ich finde, der gehört auch rein, ja. Ja. Ja, klar. Okay. Machen wir das so. Packen wir direkt die Totz-Karte rein. Ja, klar. Ei, ei, ei. Okay, jetzt kommen wir zu den Stürmern. Da gibt's nicht so viel Auswahl. Wir haben Fülkrug, Colomuani, Turam, Becker, Diaby, Nkunku, Berisha, Onissimo, Lukebakio und Wirz. Also ich würde die ersten zwei erstmal schon reinmachen. Also Colomuani ist safe. Der ist safe. Der ist krass. Fülkrug finde ich auch. Die meisten Tore geschossen. Ja, auf jeden Fall. Also die beiden sind für mich, ich weiß nicht, wie es Felix sieht, sind für mich sicher drin. Oder fehlen für euch auch Spieler, die nicht dabei sind, die euch jetzt so einfallen in der Abwehr oder im Mittelfeld oder jetzt im Sturm, wo ihr sagen würdet, hey, warum ist der nicht dabei? Also in der Abwehr, ich weiß nicht, wieso Quadiol nicht mal nominiert worden ist, würde ich jetzt so... Stimmt, ja. Ja, stimmt. Warum ist der nicht dabei? Ja, das müssen wir. Das ist komisch. Ja. Ja. Sonst von den anderen, Flo war halt sehr lange verletzt, ne? Also, dass er liefert, steht außer Frage. Nkunku war jetzt auch lange raus, der hat aber auch gute Werte. Mhm. So einen Luke Waku sehe ich jetzt nicht drin. Also persönlich. Aber ich weiß auch nicht, warum nicht er da drin ist. Scherhalter hat auch lange nicht mehr getroffen. Thüram, ja, auch gut. Entscheide du, Felix. Schwierig. Schwierig. Also ich würde tatsächlich zwischen Nkunku und Würz und die AB entscheiden. Auf jeden Fall. Ich würde die AB nehmen. Ja, dann nehmen wir die AB. Ich hätte den auch genommen persönlich. Da passt ja. Freuen sich auch die FIFA-Spieler? Ja, stimmt, stimmt. Ja, habt ihr die SPC-Karte gesehen? Die ist krass. Die hier. Einfach 99 Pace. Das ist verrückt. So, Freunde, das ist unser Team, was wir gerade gebaut haben, was die Jungs zusammen gebaut haben. Sieht auf jeden Fall sehr nice aus. Mal gucken, ob es so rauskommen wird. Ihr könnt auch mal gerne sagen, wie eure Teams ausschauen und wir sind gespannt, was am Ende für ein Team rauskommen wird für die Bundesliga. Wir verabschieden uns, Leute. Lasst einen Daumen da, abonniert den Kanal. Jungs, ihr habt die abschließenden Worte. Ja, vielen Dank. Erne hat die Worte schon gewählt, die wir beide wählen wollten. Von daher, tschüss. Sehe ich auch so. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.